Hallo und ganz herzlich willkommen beim Naturheilbund Österreich e.V. Wir sind die Bundesgeschäftsstelle für den Deutschen Naturheilbund in Pforzheim, den es schon 125 Jahre gibt. Das ist sozusagen die Dachorganisation für über 50 Naturheilverbände in Deutschland. Und wir freuen uns und sind sehr geehrt, dass wir das Vertrauen bekommen haben, für Österreich diese Organisation und Institution für Sie aufzubauen. Das Wichtigste an einem Verein, das sind Sie, die mir jetzt zusehen, die Mitgliederversammlung, die werdenden Mitglieder. Und ich möchte Ihnen kurz erläutern, welchen Nutzen haben Sie, wenn Sie bei uns Mitglied werden. Wir greifen jetzt mal zurück auf diese 125 Jahre Erfahrung, auf ein großes Netzwerk zwischen Deutschland und Österreich. Und wir haben am 9. Juli heute, 2016, diesen Verein eröffnet, im Rahmen unseres Hausvereines. Das ist Welcome im Glashaus in Villach. Da bauen wir also jetzt einmal in erster Linie in den nächsten 12 bis 24 Monaten ein Bildungshaus auf. Und wir möchten ganz junge und mitteljunge Menschen ansprechen, also Sie. Und wir werden das in einem sehr entspannten Charakter tun. Wir wollen gar nicht so viel wie, ach, bei uns werden Sie so schlau und wir bilden Sie jetzt hier und dort und da. Sondern wir haben eine Win-Win-Situation, weil wir haben gelernt, es gibt sehr viele wissende Menschen, die eigentlich nur vielleicht einen Ausbau ihrer Fragen möchten, wo sie einen Platz finden, wo sie in einem entspannten Rahmen auf jemanden zugehen können, um einmal tiefere Fragen zu stellen über das Leben, über ihre Gesundheitsthemen, über wie können wir unsere Jugend besser ernähren, sozialisieren, wie werden wir mit den Lebens- und Alltagsthemen fertig. Und es gibt also tausende Fragen, die wir hier auch jetzt im Laufe des Tages heute schon beantworten, begannen. Und wir werden für Sie ein sehr schönes Vortragswesen aufbauen. Wir haben im Frühling und im Herbst Symposien, zum Beispiel der 24. September. Da haben wir den Tag der österreichischen Naturheilkunde mit dem Schwerpunktthema Resilienz. Also das ist ein sehr spannendes Thema, das sehr, sehr viele Menschen schon der älteren Generation und auch Jüngere schon betrifft. Und da freuen wir uns, wenn Sie sich den Termin schon vormerken. Wir werden zum Beispiel auch im Herbst, wenn es früher dunkel wird, einfach im Wohnzimmercharakter Bildungswesen in Form von Filmen und Dokumentationen zeigen. Natürlich haben wir auch Vortragsreihen und Kollegen, die sich einbringen als Sprecher. DNB-Impulse, das ist unsere Zeitschrift, unser Vereinsorgan. Einmal hier zwei verschiedene Ausgaben ins Bild gehalten. Hier, bitteschön. Oder diese hier. Und da haben wir sehr viele Themen, die einfach lebensnah Dinge beschreiben, wo Sie vielleicht Fragen dazu haben. In Deutschland, ich greife da mal gerade rüber, haben wir hier dieses Organ der Naturarzt. Das ist jahrzehntelang bekannt. In jeder Naturheilpraxis bei Homöopathen und auch Therapeuten liegt dieses Organ auf. Es ist auch in Österreich sehr bekannt. Und ergänzend dazu gibt es jetzt eben auch noch die DNB-Impulse. Und in unseren Mitgliedsbeiträgen, ich sage dazu auch noch die Höhen. Wir haben Einzelmitgliedschaften für 60 Euro, Familienmitgliedschaften für 66 Euro und kooperative, also Firmenmitgliedschaften für 200 Euro. Und die Vergünstigungen sind, dass Sie an allen Vorträgen des Hauses und des Verbandes teilnehmen können. Und die weiteren Vorteile sind, dass Sie auch zum Beispiel eine Telefonsprechstunde haben, dass Sie teilweise vergünstigte Sätze für Beratungsprogramme bekommen. Und wir veröffentlichen das auch noch einmal auf der Facebook-Seite und auf der www.naturheilbund.at. Wir haben in unserer Satzung festgelegt, dass wir einen Aufnahmeantrag dieser Art haben. Den gilt es ganz einfach auszufüllen. Und wenn Sie ganz große Lust darauf haben, dann helfen Sie uns enorm im Aufbau der richtigen Themen, indem Sie unsere Meinungsumfrage ausfüllen. Denn wir sind immer nur so gut, wie wir wissen, was unsere Community lernen, erfahren und wissen möchte. Also in diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, ab und zu auf unserer Facebook-Seite vorbei sind, auf unserer Webseite. Und vor allem, wenn wir Sie persönlich kennenlernen können und Sie sich in unserer virtuellen und realen Community mit uns zusammen auf den Weg machen für die nächsten spannenden 10, 20 oder 30 Jahre. In diesem Sinne freue ich mich, im Namen meiner Kollegen würden wir Sie bald hier kennenlernen. Bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017